Jo Leute, herzlich willkommen zurück zu Stranded Deep. Ja, schön dass ihr da dabei seid. Ja, wir haben ja jetzt hier seit der letzten Folge und der vorletzten Folge immer wieder weiter hier ein bisschen dran gewerkelt an unserem Treibstoff. Und ja, den habe ich jetzt hier in die Kisten gepackt, genauso wie ich in die Kisten auch andere Teile gepackt habe, wie für zum Beispiel, ja hier solche Flugzeugteile und so weiter. Und damit werden wir uns jetzt etwas bauen, ja, und so habe ich nochmal etwas nachgeforscht. Wie ja einige wissen, dachte ich ja eine ganze Weile lang, dass wir, Moment, ich zeige es mal, hier mit den ganz hinteren Teilen das Flugzeug reparieren können, ja. Ja, das ist aber nicht so, denn daraus baut man den Gyrocopter, ja. Und hier, das mit Story, dort wird das sein mit den Teilen, um das Ding zu reparieren. Da bin ich mir jetzt sehr, sehr sicher, denn ich mache jetzt nicht die zweite Aufnahme. Ich bin ursprünglich in einer anderen Aufnahme schon mal dort hinter und habe dort probiert mit den Teilen, die ich hier eben gezeigt habe, zu schauen, dass wir das dort reparieren. Ist aber nicht so, das sind die Teile für den Gyrocopter. Und dann ist es so, dass hier in Story natürlich auch das ist, um die Story zu beenden. Und ja, wir bauen uns deswegen jetzt einen Gyrocopter, ja, den bauen wir uns jetzt mal hier. Wir bauen uns den, ich denke, hier hinten schon, hier in diesem Bereich jetzt. Wir werden uns den platzieren, ja. Und wir gehen mal an die Arbeit jetzt hier, würde ich sagen. So, ich weiß auch gar nicht, was für ein Teil man als erstes zu aussetzt. Ich denke mal, das hier vielleicht. So, und dann die anderen Teile immer mehr drauf dazu packen. So. Ich würde meinen, das nimmt doch schon mal gut Gestalt an. Ja, das Ding ist fertig. Das ist der Tragschrauber. Wir haben ihn. Die anderen Teile packen wir mal hier rein, um die zu lagern. Und die kommt dann in unsere Basis rein. Hier habe ich ein bisschen Nahrung und so drin. Und Moment. Wegen Treibstoff muss ich mal kurz schauen. Hier sind noch elektronische Teile, das auch. Dann ist hier unser Treibstoff und wir nehmen ein Treibstoffkanister mal. Und tun hier nachtanken. So, jetzt ist das einmal komplett voll, ja. Das andere, was wir noch so haben an Treibstoff, packe ich hier auch hin, wo wir unseren Treibstoff herstellen. So, zack. Und wir starten mal das Triebwerk, würde ich sagen. Let's go. Hier ist der Tragschrauber. Äh, ja doch, Tragschrauber. So, wir gehen mal auf eine kleine Reise, würde ich einfach mal so sagen. Ja, cool. Jetzt können wir hier auch fliegen. Man sollte bloß immer noch einen Kanister mitnehmen, wie ich finde. Damit man da noch was zum Nachtanken hat, auf jeden Fall. Weil der Verbrauch ist auf jeden Fall schon recht ordentlich, was man damit so verbraucht. Aber man kommt schneller auf jeden Fall voran. Ja. Und damit haben wir auf jeden Fall schon mal ganz gut Fortschritt gemacht. Und ich muss sagen, ich würde mal auf eine ganz große Erkundungsreise gehen mit dem Tragschrauber. Jetzt nicht mehr in dieser Folge. Dafür möchte ich wieder nochmal ein bisschen mehr Benzin, so als Vorrat haben. Aber an sich, ja, ich möchte mal eine größere Reise mit dem machen. Und ja, einfach mal die ganze Gegend ein wenig erkunden. Aber ja, jetzt haben wir hier den. Den Tragschrauber. Oder auch Tyrocopper genannt. Ja. Wir landen den mal dort hinten. So. Hier landen wir den. Vorsichtig. So. Noch ein Stückchen weiter nach vorne. Und Triebwerk abstellen. Ja, war doch ein schöner erster Flug. Im Wackelbilde nicht so rum. Okay, gut. So. Na ja. Den haben wir jetzt. Die Motorteile und das andere Zeug so hier. Das packen wir mal hier rein in unser Lagerhaus, nenne ich es mal. So. Zack. Ich muss kurz was schauen. Welche Kisten wir dann wieder für unsere Reisen hier nehmen. Ja. Ich würde sagen, dir wohl. Hier ist Lehm drin. Ist die Laterne und so weiter. Ja, hier die Leere. Ja, und. Ich habe noch ein Vorhaben. Und so möchte ich mich jetzt langsam um die Bosse kümmern. Ja. Und die möchte ich mich sehr gerne eigentlich kümmern. So langsam jetzt. Ich hole mir mal ganz kurz ein bisschen Leder raus. Ah, das ist Rohleder. Hier haben wir noch richtiges. Gut. Dann kommt das Rohleder wieder hier mit rein. Gut. Und ich schaue mal eben etwas hier. Habune, Habune, Habune. Dieses runde Symbol. Was ist das? Ich würde halt eigentlich denken, irgendwie was von diesen ganzen Stationen, die wir haben. Würde ich halt eigentlich denken, wenn ich das so sehe. Am ehesten würde ich halt an den Ofen denken. Aber wenn wir ja dort sind, geht es ja nicht. So, wir stellen uns einfach mal an alle unterschiedlichen Dinge hier ran bei uns. Und schauen einfach überall mal. Ja. Da spricht ja nichts dagegen. Also hier können wir ja nachschauen, was das ist. Das ist Klebeband. Okay. Okay, darauf wäre ich absolut nicht gekommen. Nein, darauf wäre ich absolut nicht gekommen. Moment. Dann schauen wir mal. Das Klebeband. Hier haben wir es. Ja. Gut, dann können wir uns jetzt hier Habune herstellen. Und ich möchte da nämlich jetzt gerne auf Megalodon hergehen. Ja. Oder einen der anderen Bosse. Das ist eins meiner Ziele, so. Habunenpfeile brauchen wir aber noch. Da nehme ich mal direkt ein paar Stöcke. So. Direkt hier noch einiges an Fasern. So, zack. Das Leder, was ich noch habe, stecke ich mal direkt hier in eine Kiste wieder mit rein. Ja, hier einfach mal. So, dann stellen wir jetzt einmal hier ein paar Seile her. Bam. Sehr gut. Und jetzt ein paar Harpunenpfeile. Zu wie viel kann man die Stapel des Technik da direkt mal interessieren? Ich hoffe, mehr als vier. So. Jetzt brauchen wir wieder Seile. Ah, hier sehe ich die Munition. Fünf Stück haben wir. So. Das ist unser Jagdwerkzeug dann. So. Das einmal wegstecken. Das nehme ich hier auch noch mit. Dann nochmal bitte ein paar Stöcke hier. So. Wunderbar. Ah, Mist. Ich muss nochmal Seile herstellen. So. Seile einmal. Einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal. Fünfmal. Gut. Die letzten drei werfen wir wieder weg. Bam. Bam. Jetzt einmal wieder ein paar Harpunenpfeile machen. Ich hoffe, es geht noch weiter so mit dem Stapeln. Von denen. So. Jetzt können wir bestimmt keine mehr machen. Nein. Okay, wir hätten zehn Schuss. Aber ob die reichen für den Megaloter, das weiß ich halt nicht. Ich würde einfach mal behaupten, nein. Wir sehen hier gerade etwas Gutes. Unsere Pipi-Pflanzen sind wieder ready. Sehr schön. So. Die einfach mal direkt hier einlagern. Sehr schön. Hier einmal Wasser hinpacken. Sehr schön. Also, dann sollten unsere Kartoffeln auch wieder fertig sein. Denn meistens, wenn die Pipi-Pflanzen fertig sind, sind die Kartoffeln gleichzeitig auch fertig. Weil wir das damals alles gleichzeitig eigentlich mit eingepflanzt hatten. Kartoffel. Hallo. Ja auch. Sehr gut. Wasser einmal rein. Hier habe ich gerade kein Wasser für mehr. So. Dann kommen die Kartoffeln direkt hier die Mischung wieder rein. Zack. Die Frucht nehmen wir direkt zum Essen. Lecker. So. Sehr gut. Ja. Und dann haben wir bis jetzt schon mal hier einiges an Fortschritt geschafft, diese Folge. Ja. Wir haben jetzt hier diesen, ich nenne es jetzt mal Mini-Helikopter. Ja. Oder nur Helikopter werde ich das Teil nehmen. Ich wage zu bezweifeln, dass ich jedes Mal Tragschrauber zu dem Teil sage. Ich werde das einfach Helikopter nennen. Ihr wisst ja dadurch auch, was gemeint ist, wenn ich ja so Helikopter dazu sage. So. Hier haben wir nochmal ein Seil. Und ich würde auch sagen, wir schauen ja auch nochmal, was Bootsteile betrifft. Sechs Steine, vier Seile, bräuchte ich für einen Anker. Brauche ich jetzt nicht unbedingt gerade. Hier hätten wir auch noch ein paar Seile drin. Die sollen aber dort erstmal gelagert bleiben. Obwohl, hier haben wir auch nochmal ein paar Seile. Ja, die nehmen wir mit. Dann tue ich hier einmal ein paar Stöcke weg. Halt, aber nicht hier. Die Stöcke legen wir raus hier. Zu unserem anderem Stuff. Was halt hier noch so rumliegt. Jetzt gehen wir nochmal hierhin dort zurück. Hier nochmal ein Stück Stoff. Das nehmen wir mit. Gehen hier rein. Und bauen so ein Rudermarkt noch an. Ich glaube, dafür muss ich das Floß ein bisschen mehr ans Wasser kurz ziehen. Ruder. Hallo. Ich will hier rauf kurz. Hallo. Ich will hier rauf. So. Ruder, ich möchte dich platzieren. Wo platziere ich dich denn dran? Geht es nicht einfach hier? Vielleicht brauche ich erst einen Anker. Maybe. Ja, lass uns jetzt einfach ein paar Seile von da drin nehmen. Fluss, du bleibst dort. Verstanden? Gut. Weiter so. Weitermachen. Ich packe hier einmal die Kiste weg. Nehme mir noch Stöcke mit. Und ich schmeiße mir noch ganz kurz mein Messer runter. So. Einmal hier Steine mitnehmen. Seile brauchen wir auch nochmal. Apune. Ich bin auch bald wieder zurück. Versprochen. So. Hier sind nochmal ein paar Steine. Reichen denn die Steine, die wir jetzt dabei haben? Nein. Okay. Wir können nochmal ein paar Stöcke wegtun. So. Jetzt reicht das hier wenigstens. Oh. Das Floß. Geht langsam auf Reise hier. So. Anker. Wie sieht es denn mit dir aus wie du platzieren? Hm. Ich würde eigentlich denken vielleicht ein Haken. Ah. Hier geht es. An der Seite so. Gut. Vielleicht muss das Schiff dafür bloß einfach mal ein bisschen mehr in die Freiheit. Damit ich so einen Ruder dran machen könnte. Nein theoretisch würde ich jetzt sagen. Hier hinten. Ach nein. Die Seite. Da ging gerade was leicht. Ja. Dann haben wir den Anker auf der rechten Seite. Auf der linken das Ruder würde ich sagen. Da muss ich das Floß dafür bloß mal noch ein bisschen mehr in die Freiheit schaffen hier. Zack. Ruder. Und hier möchte ich es halt. Jawoll. So. Floß. Einmal bitte mich hier ran lassen. Moment. Segel einmal. Halt. So. Moment. Ich fahre das erste Mal jetzt hier mit einem Floß in diesem Spiel. So. Jetzt fährt das hier in die Richtung. Und wir steigen da weiter drauf. Und gehen jetzt mal hier in das Ruder ran. Ich glaube das hätte halt wirklich hinten eigentlich hin müssen. Das ist glaube ich echt falsch so. Ja. War mir irgendwie halt auch schon klar, dass es hinten ran muss. So. Einmal das Segel hier so packen. So. Na du musst da auf jeden Fall nach hinten. Oder nicht. So. Und dort hinten wäre das Ufer. Hm. Ich will jetzt das Boot erstmal wieder zurückschaffen. Und machen was riskant ist. Ich will einmal hier rein. Einmal so komplett umdrehen. So. Hoch wieder. Das Segel anheben. Und jetzt geht es volle Kraft voraus in diese Richtung dort. Hm. Ich muss noch ein bisschen da rumprobieren mit dem Ruder. Aber ich glaube das ist an sich wirklich falsch. Wie ich das hier gemacht habe. Ich habe eigentlich glaube ich schon recht gehabt. Mit. Ja. Richtung. Dass es hinten ran muss. Ich glaube damit habe ich auf jeden Fall recht gehabt. An sich würde ich sagen. Ein Ruder. Ja. An der Seite. Aber zwei Mann müssten ja. Wenn er noch dran. Links und rechts. So ein Paddelruder meine ich jetzt. Aber sowas ist das ja jetzt nicht unbedingt. So. Wir steigen mal hier wieder rauf. Das Ding ist halt. Ich habe halt vorher noch nie hier so eins gebaut. So ein Floß. Ich bin ja wirklich die ganze Zeit mit meinem Dings ausgekommen. Aber für den Boss würde ich halt schon eher. So etwas größeres, robusteres nehmen. Das ist das Ding. Diese Folge werden wir zwar eh nicht mehr zu dem hinfahren. Könntet ihr mir ja eventuell Tipps geben. Ja. Ich würde mich freuen, wenn der eine oder andere mir vielleicht ein paar Tipps gibt. Für das Floß. Ich denke aber mal, ich hätte das bestimmt hinten einfach nur ran machen müssen. Wir probieren das jetzt mal. Weiß ich, dass diese Folge nicht mehr richtig hinkriegt. Ich würde mich wirklich freuen, wenn mir jemand von euch einen Tipp geben würde. Denn ich weiß, viele von euch haben sich schon das Floß gebaut. So. Der Anker ist jetzt auch drin. Mal sehen. Vielleicht finde ich es ja noch diese Folge heraus. Jetzt einmal schauen, wo das Seil hier ist. Eben habe ich es doch noch gelesen. Da. Und das Stückchen Stoff auch noch. So. Sehr gut. Ja, und das muss doch 100 pro hier hinten ran. Ich bin doch nicht verrückt. Noch nicht. So. Ruder. Das muss doch hier hinten ran. Hier könnte ich es an die Seite machen. Aber irgendwie merke ich da halt nicht viel von, dass sich da was verändert. Das ist das Ding. Ich würde mal noch was anderes schauen. Ja. Wir werfen das Stückchen Stoff hier hin. Die Steine auch. Die Seile und die Stöcke auch noch. So, zack. Bäm. Jetzt einmal hier hin. Wir nehmen direkt mal ein neues Messer mit. Harpune, wo bist du? Hier ist das Holz. Taschenlampe. Primitive Axt. Harpune, Harpune, Harpune. Hier. Jetzt suche ich gerade mal eine spezielle Kiste. Ich will kurz was schauen. Und noch mehr muss ich auf jeden Fall auch irgendwann mal noch hier die Kisten sortieren. Ich habe da noch nicht ganz so eine Ordnung rein bei mir gebracht. Hier der Kiste ist nichts. Jetzt einfach noch mal hier rein. Okay. Gut. Jetzt kurz hier hinter. Hier ist eine Laterne. Hier ist das Etikettiergerät. Hier sind Motorteile. Hier ist ein Kompass. Klebeband bräuchten wir nämlich noch mal. Das kann man ja leider nicht herstellen. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Da habe ich es noch nicht rausgefunden. Wo und wie? Ah, hier haben wir noch mal ein Klebeband. Okay. Gut. Das eine Motorteile kann hier mal in eine Kiste wieder rein. Bam. Ich nehme mal ganz kurz das Klebeband raus. Hier ist unser Flosi. Ja. So, jetzt würde ich hier noch mal kurz schauen wollen. Ja, man könnte ja auch rein theoretisch jetzt hier einen Motor bauen. Das wäre ja auch kein schlechter Vorschlag an sich so. Auch wenn ich eigentlich einen Ruder nehmen möchte. Ja gut. Ja. Ich würde sagen, Leute. Wir machen da jetzt erstmal hier Schluss. Wie bereits vorhin erwähnt. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir der ein oder andere, der von euch ein Flos hat, eventuell einen Tipp geben würde dazu. Müsst ihr nicht. Ich würde mich nur darüber freuen. Weil ich halt weiß, viele von euch haben schon ein Flos und so weiter. Ich bin ja die ganze Zeit noch bei dem kleinen Schiff geblieben und so. Und ich möchte halt gerne als nächstes, ja, Megalodern holen. Oder einen der anderen Bosse. Aber ja. Wir haben auf jeden Fall an sich diese Folge viel geschafft. Ja. Wir haben unseren kleinen Helikopter hier. Plus Flos haben wir noch ein bisschen ausgebaut. Hier haben wir jetzt noch den Anker dran. Und ja. Ich denke, nächste Folge dann gehen wir vielleicht schon auf die Reise mit dem Flos. Vielleicht werde ich auch einfach nochmal mein Dings, mein Rettungsboot hier nehmen für den Boss. Aber ich glaube, das wäre echt nicht so clever. Ja. Ich glaube, das wäre wirklich nicht so clever. Aber nun gut, Leute. Ja. Schaltet gerne beim nächsten Mal ein. Würde ich mich darüber freuen. Und ja. Das war's an der Stelle. Euch noch einen schönen Tag. Haut rein. Und tschüssi.